Elin, wir sind super spät dran. Wir sollten eigentlich schon vor einer Stunde da sein. Wir müssen rein. Wir sind bei Rory Donuts und die Endmoderation kommt später. Noch irgendwas. Uoooooooh! Uoooooh! Uoooooh! Ich back einen Donut für dich. Du schweiß ein, ein, ein! Scheiße, wir werden gekündigt, Alter. Erster Tag, wir sind so spät. Ey, ohne Spaß. So kann das nicht anfangen. Hallo, sind wir bei Royal Donuts? Wir sind hier heute bei Royal Donuts. Ja, und haben diese Anzeige bei Xing gefunden. Im Einzelhandelkaufmann. Ja, ne? Wir haben euch beim letzten Mal schon gesagt, über Xing könnt ihr euren perfekten Traumberuf finden. Ja. Und den haben wir jetzt hoffentlich vielleicht gefunden. Ja, und ich glaube, wir sind wieder falsch. Auf jeden Fall sind wir aber hier nicht in einem normalen Royal Donuts Store, sondern wir sind hier direkt in der Zentrale. Hier wird alles gemacht. Hier wird alles gemacht. Hier kommen die Aufträge rein. Und hier ist diese fette Küche, wo alles entsteht. Und da werden wir heute mit anpacken. Ich hoffe, die uns reinlassen. Ja, wirklich. Ich hoffe, dass die uns das auch zutrauen. Okay, meinst du, das ist jetzt hier? Weiß ich nicht. Ich denke mal schon. Nee, das ist falsch. Das ist ein Nagelstudio. Hallo? Lass mal gucken. Aber warte mal, das ist Royal Donuts. Kommen wir da oben auf den Fernseher. Ach, krass. Ja, und hier auf der Donut. Doch, wir sind richtig. Hey, was ist das denn für ein Flugzeug? Oh, Nintendo Switch haben die auch. Das ist doch mal mega. Das sieht hier aus, als wenn das hier so eine Hotellobby ist. Wir müssen doch einchecken, ne? Ich schwör's dir, wie krass. Da kistelst du mir ja wieder in den Fingern, ne? Komm, komm, wir spielen mein Stückchen. Ein kleines Ständchen, meinst du? Hier ist doch auch noch keiner, oder? Die haben doch alle schon Feierabend gemacht. Komm, wir machen jetzt einfach mal. Ja. Aber nur, wenn du... Spielst du? Ich spiele, du singst. Okay. Darf ich mich zu dir setzen? Ja, zeig jetzt mal den Leuten da draußen, was ich drauf hab. Dass du auch spontan ein Dichter bist einfach. Okay, alles klar. Oh, den hab ich auch zu Hause in dem Flügel. Ja? Ja, ja. Ist das der 340er, der auch fliegen kann? Ja, ja, der 624er, meine Griffel dabei, grundlos. Hey, Ladies and Gentlemen, ich baue einen Donut für dich. Entschuldigung. Nochmal, nochmal. Das muss langsamer sein. Okay, das ist ein sentimentales Ja, ist sentimental. Okay. Ich backe einen Donut für dich, aus Schokolade und Streusel. Jeden Bissen, den du nehmen wirst, wird dich überzeugen. Ich backe einen Donut für dich und für mich. Yeah. Dinger, Hit. Ah, Entschuldigung. Oh, was. Vielleicht muss man sich ja auch vorher erstmal irgendwie anmelden. Kannst du für dich. Ah. Spannende, bereiche, romantische Stimmungen. Spiegel, romantische Stimmungen. Alles klar. Ey, ohne Spaß. Dieser Arbeitsplatz gefällt mir jetzt schon. Ich bleib hier, egal was ich machen muss. Ich nehm den Job an, egal was es heißt. Ach Mädels, wie seid ihr schon da? Hi. Ennis, wir haben es erst nicht gefunden. Man könnte auch denken, das ist hier eine Hotellobby, deswegen war es ein bisschen schwer zu finden. Aber krass sieht das hier aus. Wirklich, richtig schön. Leute, das ist der liebe Ennis, das ist der Erfinder von dem ganzen Donuts-Zeug. Ja. Oder wie nennt man das? Also wie würdest du jetzt deine Stellenanzeige rausschreiben? Ich bin ein verrückter Ideen-Entwickler für Lebensmittel-Konzepte im Bereich Donuts-Backware. Ah krass. Leute, so einfach geht's. Nichts hier mit Einzel-, Meinzel-, Feinzel-Kaufsfrau, Mann. Genau. Also muss man schon mal direkt kreativ sein für diesen Beruf. Ein absolutes Must-Have. Also wenn ich jetzt nachher so einen Donut mache und sag, Ennis, guck mal, probier mal und das schmeckt mega. Wird es dann vielleicht auch so sein, dass dieser Donut genau in diesen Zustand mit Pistazien-Schokocreme auch in deinen Handel kommt? Das kann durchaus absolut in der Tat nicht sein. Wir werden uns solche Mühe geben und werden den heftigsten Donut aller Zeiten. Sowas hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Ja. Hinter großen Worten müssen wir auch bloß warten. Ja. Schau mal jetzt wirklich, das sieht hier so heftig aus. Ich habe mir jetzt eine, ich dachte so, wir kommen in so eine Backstube rein. Genau. Aber wir sind hier in der Zentrale jetzt richtig, ne? Und hier im Headquarter, wir sind hier im obersten Stockwerk und so die Decken sind hoch und der Horizont ist ebenfalls erweitert. Die Mitarbeiter können hier einen Massagesessel nutzen, die können hier Weed socken. Ja. Und du kannst dich hier komplett entfalten und das ist übertrieben wichtig, wenn du neue Ideen entwickeln und finden möchtest. Du kannst nicht einfach eingesperrt in deiner Küche sein und dann den ganzen Tag den ganzen Tag. Also hör mal, so einen Chef wie dich hätte ich gerne mal damals gehabt. So mit, ey, ganz kurz, setz dich vor die Playsies. Sammel deine Gedanken und dann machst du es schon. Du, wir dachten schon da hinten, das ist so ein Therapiestuhl da, weißt du? Ist ja auch eine Therapie. Kommt da auch mal eine zu dir und sagt... Absolut, das ist ein Massagestuhl. Achso, ich dachte dahinter. Der sieht nämlich auch aus wie so ein Therapiestuhl. Da kann man Massage machen oder nehmen, kann man Therapie machen. Ja. Das ist auch gut. Alter. Mein Gott. Ja, also ich sag mal so, ne? Ich glaube, ich werde aufhören als Influencerin und werde doch hier anfangen. Ideenentwicklerin für Royal Donuts. Also wenn ich jeden Tag auf so einem Massagestuhl sitzen kann und dabei die Paisy zocken kann, dann bleibe ich hier. Ja, was will man mehr? Okay Mädels, aber weg von der trockenen Theorie. Natürlich haben wir dennoch eine richtig coole Royal Donuts Küche hier. Cool. Kommt da einfach mal mit. Wir kommen mit, wir folgen die unauffällig. Ja. Boah, krass. Alter, hier ist ja richtig was vorbereitet. Wow. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist für uns oder nicht? Du willst doch, dass wir was packen oder nicht? Auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, da in dem Bereich, da tankst du deine Energie, da tankst du deine Ideen, dann kommst du hier rein und hast das richtig was. Vom Massagestuhl hier hin und dann geht's los. Oh mein Gott, ich hab's. Pistazieschoko. Ja, genau. Und dann rennst du hier rein. Und wenn es dir doch noch mal fehlt, ich muss noch mal kurz Mario kart. Ich muss, ja. Mario, erzähl mal. Dann wirfst du eine Banane ab, Alter. Und dann so Banane. Ja, genau. So, legen wir jetzt einfach los oder wie sieht's aus? Nein, einfach loslegen gibt's hier nicht. Ach so. Und bevor du loslegst, musst du natürlich ein Konzept haben, eine Idee haben und wissen, was du überhaupt machen möchtest. Okay. Und dafür sind wir natürlich hier erstmal im falschen Raum. Oh, okay. Komm mit. Wir ziehen noch mal weiter. Wir ziehen noch mal weiter. Aber hier geh ich gerne noch mal lang. Da wollte ich schon immer drin sitzen. Hier sitzt der Chef, ne? Enes, da sitzt du, oder? Das ist eigentlich der Chef. Darf ich auch mal drauf sitzen? Natürlich, ich darfst mal drauf sitzen. Kannst mal am Test sitzen. Heute sitzen wir zusammen drauf. Mach mal Platz. Komm. Komm, Daniel. Oh, das sitzt sich gut. Das sitzt sich super. Und dann so. So. Wo sind die Ideen? Wer hat die beste Idee? Nein. Raus mit dir. Ab auf den Massagestuhl. Denk auch mal über deine Worte nach, Alter. Generell würden wir hier jetzt mit dem ganzen Team zusammensitzen. Ganz kurz. Wie viele seid ihr überhaupt? Wir sind aktuell ein Team aus acht Personen. Acht Personen. Chillig. Die sind nicht immer alle vollzählig hier im Raum. Beziehungsweise im Haus. Muss ja auch nicht sein, ne? Homeoffice geht auch. Cool. Aber ganz ehrlich, ich würde nicht zu Hause sein. Ich würde lieber hier sein. Die Bude hier ist auch aufgeräumt. Ja. Hier wird schön. Ihr könnt jetzt mal gemeinsam etwas brainstormen. Okay. Was man so cooles Fleisch für den Winter entwickeln kann. Für den Winter. Wir malen erstmal einen Donut auf. Genau. Oh, ey, der krass. Alter, bitte. Das ist ja wie so ein... Mit so einem Zirkel, Alter. Jetzt pass mal auf den inneren Circle auf, ey. Oh, mein Gott. Mal Apfel. Ne? Apfel, ja. Geröstet. Vorher. Weißt du? Und weißt du, was noch drauf kommt? Mandeln. Oh, ja. Flambieren oder so? So ein Donut. Oh, mein Gott. Und einen Stiel packen. Was auch immer willst du flambieren? Die Äpfel? Das ganze Ding heute. Ich würde den ganzen Donut einmal unterbrachen. Wir haben den Bunsenbrenner auch heute hier jetzt hier vor Ort. Die müssen wir ja jetzt auch auf dem Schlag haben, ne? Boah. Da hat sich doch Physik doch noch gelohnt. Also such schon mal eine neue Unterkunft hier. Wir zünden das Ding heute an. Und was sagst du, Enes? Wären wir jetzt durchgefallen? Das erste Mal wirklich wow. Wirklich krass. Und deine Mitarbeiter stellen dann auch genauso wie wir jetzt hier an der Tafel das dann so vor? Genau. Wir brainstormen alle gemeinsam und dann werden die besten Ideen aufgeschrieben. Cool. Dann gibt es einen Praxistest. Dann gibt es Probierrunden. Und okay, das ist jetzt ein Aufgabenbereich. Also Ideen überlegen entwickeln. Was gibt es noch? Dann ist natürlich ein großer Bereich der Vertriebsbereich. Franchise. Viele, viele Aufgabenbereiche. Dann kommt natürlich noch Social Media dazu. Merkt ihr das Bild, wenn Enes das irgendwann mal veröffentlicht? Wir wollen Prozente von dem Lolli. Das sind die heiligen Hallen hier. Alter, du hast zwei Etagen? Ich habe zwei Etagen. Alter, das ist geiler als meine Wohnung, die ich noch nicht habe. Das hier ist eine Marionett-Wohnung, Leute. Wohnst du auch hier? Nein. Wie sieht dein Haus aus? Sechsstöckig? Nicht so cool wie mein Büro. Hier setzt man sich dann hin und führt dann auch mit dir so Gespräche. Da sitzt man dann und versucht sich zu beweisen. Ah, hier ist das Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Was fragst du denn so bei der Bewerbung? Also sagst du, sag mir eine Donutcreme oder was sagst du? Das ist tatsächlich top secret. Da muss tatsächlich der Ernstfall eintreten, dass ich dir die Fragen stellen kann. Dann würden jetzt so viele Leute, die sich regelmäßig bei uns bewerben, wissen, was ich für Fragen stellen muss. Ja, dann sind die schon zu gut vorbereitet. Das wären Vorteile. Du hast recht. Und jeder soll dieselbe Chance bekommen. Das Schöne daran ist, wie ihr gesehen habt, ich habe zwei Einheiten. Also hier findet quasi der Ernst des Lebens statt. Und wenn man sich einig geworden ist, wenn man sich angefreundet hat, dann geht es eine Stufe höher. Und was geht da? Sind wir Freunde? Haben wir uns angefreundet? Ich glaube, oben ist ein Massagesalon. Ey, ist es oben ein Club oder was? Ja, jetzt liegt einfach so ein Club. Kommt man oben Cosmopolitan? So. Also Leute, wenn ihr den Job bei Endes bekommt, dann kommt ihr hier hoch. Und dann erstmal kommen wir auf ganz spannende Hunde Billiard, ne? So. Und du musst gewinnen, sonst wirst du nicht eingestellt. Ja, ist so. Willst du die Billiard spielen? Klar. Okay, wie bist du denn damals überhaupt dazu gekommen, dass du diesen Beruf jetzt machst? Das würde mich echt mal interessieren. Nee, tatsächlich war es damals schon ein Jugendtraum von mir. Echt? Meinen eigenen Donutladen zu haben, ja. Oft ist mit Träumen, irgendwann holt die Realität dich ein und dann wirfst du die Träume so nach hinten, ne? Ja. Verriss sie nicht, du löscht sie nicht, aber du stellst sie ganz hinten an. Ja. Und klappst erstmal so die Realität ab. Und die Realität will meistens etwas anderes als die Erfüllung deiner Träume. Und wie es der Zufall wollte, ich glaube nicht an Zufälle, wenn es das Schicksal wollte, hat es mich am Ende dahin geführt, dass ich mir dachte, hey, jetzt bin ich an einem Lebenszyklus angekommen, wo ich mich tatsächlich entscheiden kann, Angestelltenverhältnis oder Selbstständigkeit. Und dann bin ich all in gegangen. Ey, richtig cool. Erst im Donutladen eröffnet, über eineinhalb bis zwei Jahre mit meiner Frau Vollgas gegeben und dann das Ding hochskaliert und dann aufgebaut. Und jetzt leben unsere Frauen. Oh, wie schön. Glückwunsch. Wirklich. Wenn ihr da draußen auf dem Schulhof eine Idee habt und euch denkt, ach, das ist doch eh wie ein Rotz. Genau. Bleibt an der Idee dran. Vielleicht habt ihr auch demnächst so ein Office, Alter. Genau. Packt sie in euren Pausenbrotdosen und behaltet sie. Vor allen Dingen auch keine Rotz-Idee. Ja. Jede Idee da draußen ist, dass du prädestiniert, dass irgendjemand sie mögen wird. Und wenn du deine Idee toll findest, dann sei dir sicher, es gibt noch mal Millionen andere Menschen, die genauso gestrickt sind wie du. Ich dachte, ehrlich, ich habe Gänse auch bei seiner Rede bekommen. Vielleicht muss ich auch kurz weinen, Alter. Weißt du, mein Gott, weißt du was? Ich werde doch Astronaut. Auf Wiedersehen. Schau, Alter. Ey, aus meiner Grundschule. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, aber er ist fucking Astronaut geworden. Einer aus meiner Klasse. Ich habe ihn gemobbt. Das tut mir echt leid an dieser Stelle, aber... Und jetzt, ja, der ist höher als du auf jeden Fall. Er ist Astronaut, Alter. Sein Niveau ist da oben. Ich sag's dir. Er guckt runter und sagt, und du aus der 2B. Ist das für die Profis? Ich weiß nicht, ob ich das mit dem kann zu Hause. Hab ich einen anderen. Ja. Das ist der Pencil 2000. Reine die Spitze mal ein, damit der nicht abrutscht. Ja. Vergessen, vergessen. Aber nein, jetzt wirklich. Hast du nach einem Bewerbungsgespräch schon mal mit jemandem dann Billard gespielt? Echt jetzt? Na ja. Ich würde sagen, ich fang an. Ja. Sehr gut. Und alle drin. Das schneiden die jetzt. Das schneiden die jetzt. Alle auf einmal reingeflogen. Das ist eine gute Idee. Und alle drin. Oh. Oh. Du, 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 du. Darf ich den Helm mal aufsetzen? Natürlich. Oh, der Daumen ist... Hält mir mal. Ich seh nicht so gut. Du, das sieht mir nach gebrochen aus. Alter, leg dich rum auf den Stuhl. Ich behandle das mal. Du hast es falsch rum auf. Sag mal. Komm mal her. So. Ja. Nee, und das geht gar nicht. Jetzt wird es hier rausgebracht. An alle Schulhof-Mobber. Hier, der ist für euch. So, bevor wir uns das hier zu gemütlich machen, würde ich sagen, sollten wir auch mal anfangen, so langsam ein paar Donuts zu machen, oder? Auf jeden Fall. Kommt runter. Okay. Let's go. Jetzt wird es ernst. Jetzt Spaß beiseite, Maddie. Lass dir Spaß hier oben. Okay. Spaß beiseite. Bleib da. Aus. Das wäre zum Beispiel ein Abmahnungsgrund, dass Mitarbeiter runtergehen ohne... Oh, heieiei. Oh, 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 oh. Und das wollen wir nicht riskieren. So. Oh, 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 oh. Wo waren die Kugeln? So Mädels. Ab jetzt seid ihr gefragt. Wir haben hier zwei Boxen und wir haben hier echte Kundenanfragen. Und ihr werdet euch jetzt einfach entsprechend der Anfragen bemühen, die Donuts bestmöglich umzusetzen. Ich vertraue euch. Ach, oh. Du vertraust uns. Und ihr alleine. Auf keine Art und Weise lernst du besser, als wenn du einfach ins kalte Wasser dich misst. Ja. Wir machen das schon. Du, Anis. Wir werden dich nicht enttäuschen. Nein, wir werden dich nicht enttäuschen. Wir spielen nochmal eine Runde Billiard-Ober. Okay, Anis, dann... Mach dir einen schicken. Wollt ihr noch vielleicht... Ne, noch ein Absperrband? Ja. Und dann sehen wir uns. Wir sehen uns. Okay, mach's gut. Dankeschön, ciao. Danke, ciao. Ey, jetzt Spaß beiseite. Erstmal Tür zu. Alter. Sollen wir erstmal nochmal auf den Massagestuhl? Du hast auch so einen langen Brief. Ach, das sind die Anfragen, die die Leute immer bekommen. Okay. Das ist wahrscheinlich eine Mail oder sowas gewesen. Ja, von Gustav hier. Von Gustav. Gustav. Gustav, wir machen jetzt deine Donut. Okay, lies mal dein Wort. Was will da haben? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wende mich heute besonderer Anfrage. An unserem bevorstehenden Hochzeitstag möchte ich meine Frau Hildegard... Nein, der ist... Oh mein Gott. Hildegard ist keine 16-Jährige oder so. Die sind schon 60 oder so. Ja, natürlich. Ja, Gustav ist noch modern, aber Hildegard nicht. Hast du recht. Hilde, was will Hilde? Mit einer außergewöhnlichen Donut-Torte überraschen. Also stapeln wir. Ja, so wie eine Pyramide. Und was... Also weißt du, unten... Und dann noch mal kleiner werden. Dieser Ball sollte unsere Initialien tragen, mit Haselnusscreme gefüllt sein und zu einem wahren Blickfang werden. Nee, nee, ich such mir einen neuen Job bei Xing. Du, dann wirst du fündig. Ja. Achso, okay. Oder? Ja, aber nicht den Kopfstoß. Eins, zwei, drei. Ich wusste, wir sind bei Royal. 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 Das ist so dumm, der hat's drin, Alter. Ja! Ja, super! Ey, warte mal ganz kurz. Was ist das für ein Kühlschrank? Alter! Seit wann gibt's denn Monte mit Smarties? Ey, ich fand gern das Schokofresh. Du, wir machen erst mal Pause, weil wir müssen erst mal kreativ werden. Ja, stimmt. So, Mülleimer? Oder ist hier jetzt auch noch ein Pinguin drin, Alter? Ich hab ein bisschen Angst, ne? Ehrlich. Man weiß nicht. Nee, aber kein Mülleimer. Aber locker hier auch noch irgendwas. Wow! Maddie, warte mal ganz kurz. Sieht jetzt jede Schublade so aus? Nee, auch gern. Okay, ja, man braucht auch ein paar Zutaten. Wow! Was ist denn hier drin? Ich vermute mal die Utensilien für unseren Gusti, ne? Wir wollen sein... Wow! Okay, warte mal ganz kurz. Ich glaub, das muss hier wirklich echt schick werden, wenn hier sowas ist, Alter. Und die Frage ist auch... Lass uns erst den Boden bauen. Warte mal. Jetzt ist die Frage... Aber das ist ne echt kleine Torte, Digga. Sollen wir dem Gusti nicht mal ne ordentliche Torte machen? Nein. Mein Gott. Nee, so? Ja. Nein. Nee, und der Donut-Boll obendrauf. Doch, so und dann so. Ja! Das sieht mir... Ja, das wird ne tolle Torte, glaub ich. Nein, das wird mega, oder? Wir stapeln das jetzt mal. Digga, was ist das denn, Alter? Ein Hörsaal, oder was? Warte mal. So. Ja, und er? Wer will zwölf Donuts? Du kannst nicht elf machen. Also, was ist das denn, Digga? Das sieht aus wie ne Blume, Alter. Ja, dann machen wir's so. Ja. Ist so gekauft? Ja. So machen wir's. So machen wir's. Und ran an die OP, ey. So. So. Und jetzt... Ich kann nicht... Oh. Haselnusscreme. Ich tippe mal schwer, das ist das hier. Ja. Mega. Richtig gut. Macht das ordentlich. Gut. Maschine. Und dann aber ist das unten, oder? Weil sonst läuft uns nicht so... Warum fangen wir nicht mit dem Boll an, Alter? Der ist ganz oben. Aber ja, sonst läuft jetzt die Suppe nach unten. Ja. So. Boah, geil, ey. Ich hätte schon Bock, ne? Kurz dann mal so reinzukommen. Ja. Mach doch mal. Hier ist doch keiner. Haben wir noch einen Donut? Gib mal so einen Donut. Das ist es, Luisa. Echt jetzt? Nee, nee, ich will nicht weiß. Ich hasse weiß. Mach mal schwarz. Du wirst auch keinen warten. Oh, mein Gott ist so warm. Schön. Mal machen. Erstmal tunken. Guck mal, wir machen so. Ich geb dir. Ja, ich tunke. So schnell. Guck mal, wie schnell ich bin. Guck. Ich tunke, ich tunke. Guck. Der ist besonders gut geworden. So, und jetzt müssen wir schnell mit Gold schmacken. Gold, ja. Soll ich einfach drauf fliedern? Ja, mach mal so. Nusretino. Oh, guck mal. Oh. Oh, oh, oh. Ja, toll. Das klingt. Mehdi. Du hast grad einen Haufen Gold verschwendet, Digga. Alter, ich fühl mich wie Thor. Nee, den haben wir, ne? Keine goldene Hand. Wer hatte noch mal die goldene Hand? Herr der goldenen Ringe, oder wie? Herr der goldenen Hände. Verteil gut. Ja. Man muss ja nur oben sehen. Ja. Weißt du? Nein, mach das nicht. Ja, genau. Man muss ja ganz leicht. Ja. Hübsch. Warte, an der Seite noch. Ja. Oh. Warte, ich hieß irgendwie so. Ja. Oh, wo ist die denn hingegangen? Ich dachte, du musst die mit dich rein, Alter. Ich wollte sie auch mit dich reinmachen. Erst die Zutaten, dann noch Schokolade. Ja, und das sagst du dir nach 30 Minuten. So, Erdbeeren, Bueno White und Lotus. Ey, was will die noch? Ich hab den so scheiße aufgemacht. Das ist doch immer so eine Anleitung. Leute. Und das ist Red Flag, Alter. Junge. Wie findest du das? Bock doch. Ne, das ist schon scheiße. Ey, guck mal hier. Ich hab was. Für Hilde. Verstehst du? Check. Ja. Ja. Das versteht nur Hilde. Und welche schwarze Schrift? Also ich... Die mag doch Haselnuss. Haselnuss brauchen wir. Pack mal Haselnuss hier rein. Haselnuss war das? 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 Ja, ja. Das, was so aussieht wie Haselnuss, Alter. Ich dachte, das wäre Bueno Creme. Bueno Creme ist Haselnuss. Ja, klar. Aber das wusste ich auch schon vorher. Ich auch. Das lernt man doch erste Klasse. Ja. Vorsicht. Oh, hey, Mann. Was dahin? G und H. Alter. Plus I. Wer ist denn jetzt I, Alter? Warte, chill. Das ist nicht so einfach. Ja, fertig. Mehr müssen nicht. Wir müssen noch eine andere Bestellung machen. Wir müssen Verständnis haben, Alter. Wir haben keine Zeit. Aber nicht ein... Du musst dir von da schicken. Wie kann man das hier... Ey. Geil, okay. Jetzt musst du mir aber helfen. Ja. Sehr gut. Ja. Mach einfach zu den Deckel. So, und jetzt Switch. Switch, ne? Gut gemacht. Kurzes Päuschen, Alter. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Hey, Maddy. Das geht schon direkt los. Guck. Alter. Und jetzt? Guck mal, da kannst du noch... Hier. Das ist besser als Mercedes G-Klasse. Alter, wohin? Ciao, ne? Man sieht sie. So, jetzt ohne Spaß. Wir haben die ganze Zeit nichts probiert, Maddy. Ich hab so Hunger. Ich hab so Bock auf die Sachen. Lass mal einen eigenen kreieren. Ja, bitte. Okay? Erst mal Pause. Und jetzt erst mal für uns. Einen gemeinsamen, ja. Einen Krusty oder ein Dings? Was sagst du? Einen Krusty? Krusty bockt schon. Krusty einmal ans Mikro. Achso. Nein. Warte. Boah. Gleich explodiert der. Oh, 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 oh. Oh, oh. So. Wir treffen uns genau in der Mitte? Ja. Perfekt. Ey, Gerechtigkeit hier, ne? Ja, ja, klar. Warte, ich muss ein bisschen rüber. Digga, wir haben nur einen Donut. Du denkst auch, der ist drei Kilometer. Wir machen da jetzt alles drauf. Das wird schon passen. Oh, ja. Oh mein Gott. Das haben wir auch noch. Ich hab nen Flamboso. Nein. Ist das so einer? Boah. Probier nicht aus, ich hab grad Dings drauf gemacht. Harspray. Das ist doch, Flambieren ist doch Feuer. Open close. Wow. Boah, ich hatte grad kurz Lebensgefahr. Ja, ja, ja. Ich schwöre, Crème Brûlée. Wow. Crème Couset. Boah, richtig verkugelt. Wow. Crème Brûlée. Crème Couset cake. Soll ich ihn mal anzünden? Hm? Der ist auch aus Zucker, ne? Mach mal. Wow. Ey, das sieht's nice aus. Lass so. Ein bisschen noch. Digga, Sonnenbrand. Setz dir mal ne kleine Cap auf, Alter. Junge, was hat der Dings? Booth? Oder was? Ist der Rapper? Digga. Oh. So. Jetzt kleb ihn drauf. Nein. Ey, ey, ey. Er ist zu schwer. Er ist zu schwer. Fertig. So, jetzt probieren. Drei. Lecker. Okay, perfekt. Sie weint. Können wir bitte an Ihre Träne ranzuhen? Alter Kummer. Bis hierhin war eigentlich gut. Es hat, nein. Wir haben es mit den Rädern fackt. Es war meine Schuld. Nein, nein, es war nicht deine Schuld. Aber der bockt. Der bockt? Ohne Witz, der bockt. Ey, warum isst du den? Wir müssen den nochmal machen und Enes zeigen. Ja, dann lass jetzt jemanden direkt von den anderen Mitarbeitern holen. Weißt du, die sollen das machen. Die sollen es einmachen? Ja, so richtig krassen Style und das Ende ist dann nett. Wir sagen, das war eine Bestellung, ist aufgegeben. Die sollen das machen. Das hat Chef gesagt und danach sagst du von uns. Ja, genau. Hi, kannst du vielleicht einen Donut machen? Der Chef hat gesagt, ich darf mich bei euch nicht einmischen. Nee, der Chef hat uns gesagt, du sollst so einen Cross machen. Der meinte genau, du sollst den machen. Hat er nicht? Ja, ja, meinte das. Okay, kein Problem. Und? Was sagste? Lachen wir ist nie gut. Nee. Interessant ist erstmal das erste Adjektiv, welches mir einfällt. Aha. Und ja, was habt ihr hier denn Schönes gemacht? Das war die Torte, die bestellt wurde von Gustav an Hildegard. Ja. Mit Schleierkraut. Aber da müssen wir auch ehrlich sagen, also auch wenn wir niemanden verpetzen wollen, aber da haben sich die Mitarbeiter so ein bisschen eingemischt. Also das ist von den Mitarbeitern und das ist von uns. Ja. Ja, ja, ja. So was feiert ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Wir auch nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, weg. Aber der Kunde hat sich das ja gewünscht. Ja. Das wiederum ist sehr süß. Mhm. Hier liebe ich auf jeden Fall diese Detailverliebtheit, die ihr an den Tag gelegt habt. Mhm. War uns besonders wichtig. In diesem Bärschi, in diesem Schokopool. Ja. Es sollte ein Pool sein. Kein Boot. Es ist ein Pool. Genau. Ein Pool sollte das sein. Ja. Genau. Gut, dass du das erkannt hast. Wir waren uns nicht sicher. Nee, auf jeden Fall. Für eure ersten Royal Donuts Projekte ist das schon mal eine stabile 3-. Boah. Kann man mit leben. Und das ist auf meiner strengen Skala auf jeden Fall eine gute Note. Und kommt man mit einer 3- noch in den VIP-Bereich? Nein, dann musst du noch hier im Keller spielen. Ach so. Du musst noch hier im Keller spielen. Hast du gehört? Ja, dann gehen wir jetzt auch in den Keller. Weil wir haben Feierabend, oder? Ja, wir haben Feierabend. Ja, perfekt. Ich mach mal so, ne? Ja. So, Leute. Wir haben jetzt Feierabend und gönnen uns noch einen ordentlichen Donut. Übrigens bekommen wir natürlich als Mitarbeiter Rabatt. Genau so sieht's aus. Und sowas könnt ihr übrigens bei Xing auch direkt oben filtern. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ey, ich stell mir das und das Gehalt vor. Oder mein Hund muss unbedingt mit zur Arbeit. Also das ist ein absolutes Muss. Und ich denke mal, so werdet ihr ganz schnell euren Traumjob finden. Ich würd sagen, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Ja. Da kommst du doch rüber. Komm. Niemals. Jetzt. Ich bin... Ich schwöre, als das angeht, bin ich richtige Hampelmann. 1, 2, 3... Oh, ei! Oh, ei! Alter Maschine! Gleich bin ich damals schon abgehauen aus dem Kinderheim. Alles klar. Ciao. Bis dann, fast geil. Tschüss.